Hallo zusammen! Heute geht es wieder in eine Höhle, eine etwas speziellere Höhle und deswegen will ich auch gar nicht allzu viel darüber erzählen. Ich möchte diese Eindrücke trotzdem einfangen und festhalten mit diesem Video, weil das, was ich schon gesehen habe von dieser Höhle, sieht äußerst, äußerst interessant und schön aus. Wenn ihr Bock habt auf ein etwas ruhigeres Video ohne viel Gelaber, dann bleibt dabei. Es lohnt sich auf jeden Fall. Die Höhle ist wirklich der Hammer. Viel Spaß! Leute, es ist so scheiße heiß. Ich zerfließe. Ich glaube es sind 32 Grad. Und jetzt geht es um, 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 um. Heute geht es nur mit dem Neopren rein, weil so viel Kraxelei erwartet einen da nicht. Soll es sich, wenn es die Karte gibt, die Karte gibt, die Karte gibt, die Karte gibt, die Karte gibt. Es ist klar, dass das Wasser hier auf ist, das ist meine Schuhe und da geht es weiter. Es ist klar, dass das Wasser hier auf ist, das Wasser hier auf ist. Es ist klar, dass das Wasser hier auf ist, das Wasser hier auf ist. Ich habe hier die Kapuze jetzt aufgesetzt, weil jetzt könnte es ein bisschen frisch werden. Das Wasser hier auf ist, das Wasser hier auf ist. Das Wasser hier auf ist, das Wasser hier auf ist, das Wasser hier auf ist. Das Wasser hier auf ist, das Wasser hier auf ist. Das Wasser hier auf ist, das Wasser hier auf ist. Das Wasser hier auf ist, das Wasser hier auf ist. Das Wasser hier auf ist, das Wasser hier auf ist. Das ist eine aber absolut feine Höhle. Ich hätte noch Stunden verbringen können, aber die war halt recht kurz. Ich wollte an diesem Siphon nicht weiter, weil ich nicht wusste wie weit man da tauchen muss. Der absolute Hammer. Geil. ja das war es dann auch schon bis zum nächsten mal machts gut tschüss